Wir hatten, da war der Sven in der Grundschule, da hatten wir so einen Elternabend Mediennutzung bei Grundschulkindern. Da saßt du mal da und da säht die Tante, die da vorne das Referat hielt, die war 25, 26, da war die älter, war die nicht. Da säht die, ich fang mal den Abend so an, Kinder, die Michel aus Lönneberger gucken und Pippi Langstrumpf werden gestörte Erwachsene. Da wird das ja ein lustiger Abend mit 50 bekloppt.